Verkehrsunfälle mit verletzten Personen stellen die Feuerwehr immer wieder vor eine Herausforderung. Deshalb wird das korrekte Vorgehen bei solchen Fällen trainiert. Wir haben der Feuerwehr Fuldatal bei einer Übung im Rundwesten über die Schulter geblickt. Die Ausgangsposition ein schwerer Unfall. Der Insasse des Fahrzeugs, in diesem Fall glücklicherweise nur eine Übungspuppe, ist verletzt und eingeklemmt, aber ansprechbar. Mit Blaulicht erscheint die Feuerwehr am Unfallort. Als erstes erfolgt die Erkundung der Unfallstelle durch den Zugführer, der die 22 beteiligten Feuerwehrleute koordiniert. Dann teilen sich die Helfer auf drei grundlegende Aufgabenbereiche auf. Die Rettung der Person, den Brandschutz und das Absichern der Einsatzstelle. Möglichst schnell wird einer der Helfer zur Patientenbetreuung um das Fahrzeug gebracht und bleibt dort, bis die Person erfolgreich aus dem Fahrzeug befreit werden kann. Zum Schutz wird dem Unfallopfer sofort ein Helm aufgesetzt. Die folgenden Bilder zeigen auch warum. Mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät verschaffen sich die Feuerwehrleute Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs. Mit einem Spreizer wird dazu die Tür aufgestemmt. Zum Schutz der Insassen hält der Helfer im Auto eine Scheibe vor den Arbeitsbereich. Mit einem Schneidegerät brechen die Rettungskräfte hier den letzten Widerstand der Tür, dann ist der Weg zum Patienten endlich frei. Nach Rücksprache mit dem Notarzt vor Ort müssen die Feuerwehrleute aber noch einmal ran. Der an der Einsatzstelle befindliche Notarzt hat entschieden, dass wir eine patientengerechte Rettung durchführen. Somit müssen wir das Dach des PKWs abtrennen, um den Patienten rückenschonend aus dem Fahrzeug über das Beinbord nach hinten hinaus zu retten und dann dem Rettungsdienst zu übergeben. Das Unfallopfer muss patientengerecht, also liegend aus dem Fahrzeug geholt werden. Damit das funktioniert, muss das Dach ab. Doch zuerst werden die Scheiben entfernt, damit sie die Insassen nicht bei der Dachabnahme verletzen können. Klebeband hält die Scheibe zusammen, ein kurzer Pieks mit dem Dorn und das Material gibt nach. Dann wird das Dach freigeschnitten. Eine Decke schützt den Helfer und die verletzte Person im Innenraum vor dem entstehenden Staub. Alle Verbindungen sind getrennt, das Dach ist ab. Der Patient wird nun auf eine Bahre gehoben und dem Rettungsdienst übergeben. Im Ernstfall dauert der Einsatz etwa 20 Minuten.